Der Rheinstrand hier in Mainz genießt und feiert bei der SWR Strandparty. Und Sie wissen ja, bei so einer Strandparty, da ist es ganz wichtig, die passenden Getränke zu haben. Und ganz ehrlich, bei Cocktails, da liebe ich immer die Farbe und noch mehr liebe ich es, wenn man sehen kann, wie sie zubereitet werden. Flair Bartending heißt diese Kunst. Und der dreifache Weltmeister im Flair Bartending kommt direkt hier von uns. Er kommt aus Heidelberg, Levent Jilmers. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Levent Jilmers. Wow, der dreifache Weltmeister im Flair Bartending. Applaus, super gemacht. Wir drücken ganz fest die Daumen, Levent, dass es klappt am 14. Juli bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Und liebe Fernsehzuschauer zu Hause und hier in Mainz, Sie wissen ja, wie es ist, manchmal glaubt man so, ah, der hat bestimmt Magneten dran und an den Flaschen auch nicht, der hat bestimmt Magneten dran gehabt an den Händen. Nichts dran und an den Flaschen auch nicht. Applaus, sehr schön. Wir haben gesehen. Wir haben gesehen, wie es die Profis machen. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, wie es unsere Teams machen werden. Kein Unterschied. Kein Unterschied, das sehen wir.